Hallo auf einprägsam.de, bevor ich mit dem Tutorial beginne, möchte ich euch ganz kurz auf meine neue Photoshop-Trainings-DVD hinweisen. Die enthält über vier Stunden Videotrainings, Videotutorials zum Thema Photoshop Design. Es wendet sich also eher an diejenigen, die schon Grundlagen in Photoshop beherrschen, die Photoshop schon einigermaßen kennen. Ich zeige euch auf dieser DVD verschiedene Design-Techniken, wie erstellt ihr Fotobuchseiten aus dem Nichts heraus. 3D-Objekte, 3D-Text mit Photoshop Extended, ohne Photoshop Extended. Ich zeige euch, wie ihr Fotobücher so wie hier erstellt, um das einfach als Grafik in irgendeine Publikation einzubinden, auf eurer Webseite einzubinden. Also es sieht dann wirklich aus wie ein dreidimensionales Buch. Ich zeige euch, wie ihr kreative Pinselspitzen erstellt, um die dann auf andere Weise in euren Designs zu verwenden oder in eure Retusche zu verwenden. Das heutige Tutorial, das jetzt gleich beginnt, würde auch auf die DVD draufpassen, ist aus dem gleichen Bereich, ist auf der DVD nicht enthalten, weil dort nur Videos und Tutorials enthalten sind, die noch nicht veröffentlicht worden sind und auch nicht veröffentlicht werden. Hallo und herzlich willkommen auf einprägsam.de. Ich möchte euch heute ein Design Tutorial Photoshop bieten. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses kleine Designobjekt hier im Photoshop aus dem Nichts heraus erstellen könnt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr die einzelnen Blätter hier erstellt mit den aufgedruckten Strichen und Haken drauf. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Bleistift aus dem Nichts heraus im Photoshop direkt erstellen könnt und das zusammen zu einem Designobjekt zusammenstellt. Ihr könnt das dann natürlich auf jedem Hintergrund, auf jedem anderen Hintergrund verwenden. Ihr könnt das verwenden für eure Plakatdesigns, für eure Webseite, für verschiedene Flyer-Erstellungen. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Die Techniken, die ich euch hier zeige, könnt ihr in vielen anderen Designarbeiten natürlich auch anwenden. Ich beginne dazu mit einer Datei. Ich nehme jetzt hier eine Größe von 1500 Pixel x 800 Pixel und 72 Pixel pro Zoll Auflösung. Wenn ihr für den Druck arbeitet, also für Flyer oder für Plakate, solltet ihr hier 300 Pixel pro Zoll auswählen. Und ich wähle RGB-Farbenmodus erstmal in 16 Bit, um die volle Farbtiefe zu erhalten. Ihr könnt natürlich hier auch 8 Bit verwenden. Als erstes werde ich hier den Hintergrund mal schwarz färben, weil ich die weißen Blätter dann einfach dort drauf besser sehe. Den Hintergrund kann ich dann ganz zum Schluss ausblenden, wenn ich das möchte. Den brauche ich nicht. Es geht jetzt wirklich nur darum, den Unterschied, den Kontrast zu meinen Blättern am stärksten hinzubekommen. Und zwar habe ich jetzt einfach nur STRG-I als Tastenkombination verwendet. Damit wird der weiße Hintergrund invertiert in Schwarz und mit STRG-0 kann ich das etwas vergrößern, etwas heranzoomen. Als allererstes erstelle ich mir mein weißes Blatt, dieses vordere Blatt. Dazu nehme ich hier mein Rechteck-Werkzeug. Ich wähle hier in der Eigenschaftsleiste den dritten Punkt, Pixel füllen, wähle eine weiße Vordergrundfarbe und erstelle zuerst eine neue Ebene. Das wird mein Blatt. Das kann ich auch mal benennen. Und ich erstelle jetzt mein Blatt Papier, nicht zu groß. Das kann ich jetzt, da ich es auf einer extra Ebene habe, natürlich hier frei verschieben. Als nächstes möchte ich hier natürlich auch noch meine Striche drauf bekommen oder vielleicht eventuell ein Bild draufsetzen, eine Struktur draufsetzen. Wie ihr das möchtet, das könnt ihr im Nachhinein, wenn ihr dem Tutorial folgt, jederzeit auch noch ändern. Ich werde als allererstes diese Ebene in ein Smart-Objekt wandeln. Ich klicke dazu mit der rechten Maustaste hier drauf und wähle in Smart-Objekt konvertieren. Und ich kann jetzt hier jede Veränderung durchführen und am Ende aber trotzdem mein Bild hier, meine Seite immer noch verändern. Ich werde jetzt als allererstes mit Strgung T frei transformieren aufrufen und das Blatt etwas drehen. Und ich möchte jetzt so einen leichten Eindruck erwecken, als ob das Blatt hier hochgebogen ist. Dazu verwende ich das Vergrümmen-Werkzeug, klicke dazu einfach hier oben drauf und ich ziehe jetzt hier diese Seite etwas nach oben und ein kleines Stückchen nach rechts. Da sieht das wirklich so aus, als ob die Seite hier etwas aufgeblättert ist. Hier unten die Seite nehme ich auch noch ein klein wenig nach oben. Nicht so viel, nur ein Stückchen und das bestätige ich schon mal. Jetzt sieht das zwar immer noch nicht so sehr gebogen aus, es kommt gleich. Ich erstelle jetzt eine neue Ebene hier drüber. Die nenne ich mal Schatten. Um diese Schatten auch nur auf dem Papier wirken zu lassen, erstelle ich eine Schnittmaske. Das kann ich machen, indem ich Alt drücke und zwischen die beiden Ebenen hier dazwischen klicke. Und ich wähle jetzt eine Pinselspitze, eine ganz weiche Pinselspitze, also mit einer Härte von 0% und einen relativ großen Pinsel mit schwarzer Vordergrundfarbe und einer Deckkraft, einer ganz geringen Deckkraft. Ich nehme jetzt hier 5%. Ich male jetzt hier einfach mehrfach drüber. Je weiter ich hier oben an die Spitze komme, umso dunkler soll es werden. Also muss ich hier oben mehrfach drüber malen. Und hier unten weniger oft. Jetzt sieht das schon viel stärker nach einem gebogenen Blatt aus. Das kommt noch stärker zum Tragen, wenn ich jetzt die Struktur des Blattes noch mit sehe. Um die Blattstruktur bearbeiten zu können, braucht ihr jetzt nur einen Doppelklick auf das Smart Objekt hier zu machen. Bestätige das Ganze. Es öffnet sich das Smart Objekt in einer extra Datei. Ich kann nochmal mit STRG BACKSPACE das Ganze mit weiß füllen, um einen weißen Hintergrund zu bekommen. Und jetzt beginne ich hier mit meinen Strichen auf dem Papier. Ich werde dazu auch erst wieder das Rechteckwerkzeug verwenden. Ich möchte erst die Kästchen erstellen. Stelle wieder eine neue Ebene. Halte die Großschreibtaste fest und ziehe mir hier ein Quadrat auf. Durch die festgehaltene Großschreibtaste wird das genau ein Quadrat. Das ist jetzt zwar schwarz, aber das ist nicht weiter tragisch. Das ändern wir gleich. Ich werde jetzt hier einen Ebenenstil hinzufügen. Ich mache dazu einen Doppelklick auf den blauen Bereich dieser Ebene und es öffnet sich die Ebenenstil-Palette. Ich möchte als allererstes eine Kontur hinzufügen. Dazu klicke ich hier mitten auf dem Bereich Kontur, wähle eine rote Farbe aus. Ihr seht jetzt hier schon die Kontur außenrum. Ich möchte aber die Kontur auf Innen stellen, um wirklich eckige Kanten hier zu bekommen. Ich möchte nicht diese abgerundeten Kanten haben und die Größe der Kontur stellt ihr jetzt nach euren Wünschen ein, sodass es euch zusagt. Ich lasse das jetzt auf drei Pixel stehen, bestätige das mit OK und verringere jetzt hier die Flächendeckkraft. Was passiert? Wenn ich die Deckkraft auf 0 stelle, wird diese schwarze Füllfläche komplett durchsichtig. Ich sehe sie nicht mehr, aber dieser Ebenenstil, der Rahmen bleibt erhalten, während ich bei der Verringerung der Deckkraft hier sowohl den äußeren Rahmen als auch die schwarze Farbe in der Deckkraft verringere. Also zieht ihr einfach nur die Flächendeckkraft hier runter und ihr behaltet den Ebenenstil. Das ist schon mal eines dieser Objekte, die ich haben möchte. Jetzt möchte ich hier noch vier weitere oder drei weitere hinzufügen. Mit STRG-ALT-T rufe ich freitransformieren auf und ich halte die Großschreibtaste fest und drücke auf die Pfeiltaste nach unten und verschiebe einfach dieses Objekt hier so weit nach unten, wie ich das möchte. Drücke auf die Enter-Taste und habe die erste Kopie erstellt. Jetzt kommt ein kleiner Trick. ALT-STRG-SHIFT und T. Wiederholt das Ganze, verschiebt nochmal ein drittes Objekt in genau der gleichen Entfernung und ich drücke nochmal STRG-ALT-SHIFT und T und ich habe jetzt hier meine vier Objekte stehen. Möchte als nächstes hier die ersten beiden mit einem Haken versehen, so dass es aussieht, als ob diese To-Do-Liste hier schon abgearbeitet wurde. Ich erstelle wieder eine neue Ebene und wähle jetzt hier nicht das Rechteck-Werkzeug, sondern das eigene Formen-Werkzeug und ich wähle mir in diesen Formen hier oben in der Eigenschaftsleiste den Haken aus. Wenn ihr hier weniger Objekte habt, klickt auf diesen kleinen Pfeil und wählt hier den Punkt ALLE aus. Bestätigt das Ganze mit OK und ihr habt dann hier irgendwo zwischendurch auch diese Hakenform. Schwarze Vordergrundfarbe ist OK und ich ziehe das Ganze jetzt hier auf. Wenn ihr nicht genau in die richtigen Richtung seid, könnt ihr die Leertaste drücken, solange die Maustaste festhaltet, könnt ihr jetzt das Objekt verschieben. Ich lasse die Leertaste gehen und sage, lasse die Maustaste gehen und drücke STRG-J, mache eine Ebenenkopie und verschiebe das Ganze hier nach unten und habe jetzt meine beiden Haken hier drauf. Als nächstes möchte ich hier natürlich auch noch Linien hineinbringen. Dazu habe ich hier das Linienzeichner-Werkzeug. Ich wähle jetzt hier auch eine Dicke von drei Pixeln, genauso dick wie hier die Linienstärke des Kastens gewesen ist. Ich erstelle wieder eine neue leere Ebene und darf natürlich nicht vergessen, die Farbe einzustellen. Ich möchte jetzt hier eine rote Linie haben und ich beginne jetzt hier eine gerade Linie zu ziehen. Ich klicke erst mit der Maustaste, halte die Maustaste fest, ziehe nach rechts. Ihr seht, es geht relativ schnell, dass ich hier nicht mehr in der waagerechten bleibe. Wenn ich jetzt die Maustaste festhalten und auf die Großschreibtaste drücke, seht ihr hier, ich bekomme wirklich eine genau waagerechte Linie hin. Also haltet die Großschreibtaste fest, lasst zuerst die Maustaste gehen, dann könnt ihr die Großschreibtaste wieder gehen lassen und ihr habt eine genau waagerechte Linie. Das gleiche funktioniert auch mit einer senkrechten Linie, seht ihr gleich. Ich werde jetzt wieder STRG-ALT-T aufrufen und bei gedrückter Großschreibtaste die Pfeiltaste drücken, um das hier nach unten zu verschieben. Ich drücke wieder auf die Enter-Taste und jetzt STRG-ALT-SHIFT-T habe ich den dritten Strich und nochmal STRG-ALT-SHIFT-T habe ich den vierten Strich und habe hier meine Linien neben meinen Kästchen und jetzt erstelle ich nochmal eine neue Ebene und werde die Linien hier unten setzen. Ich beginne hier, drücke auch wieder linke Maustaste, halte fest, drücke danach die Leertaste und ziehe hier meine Linie auf. STRG-ALT-T, mal gedrückter Großschreibtaste, ziehe ich, drücke ich die Pfeiltaste nach unten, um diese Linie nach unten zu verschieben. Enter-Taste drücken und jetzt STRG-ALT-SHIFT und T mehrfach so lang, bis ich am unteren Rand angelangt bin. Ich kann diese Ebenen jetzt hier auch zusammenfügen, das müsste die obere sein, genau. Ich halte die Großschreibtaste fest, klicke auf diese Ebene 4 und drücke STRG-E und habe jetzt hier alle diese Linien in einer Ebene, die anderen kann ich auch zusammenfügen. Das sind diese oberen Linien und auch schon die Häkchen. Dann kann ich das auch komplett hier zusammenfügen, das ist der komplette obere Bereich. Ich möchte hier jetzt noch so ein paar Unterbrechungen reinbringen, um das etwas aufzulockern. Dazu werde ich einfach auf die weiße Farbe wechseln, eine neue Ebene erstellen und mit einer weißen Linie hier das Ganze etwas unterbrechen. Und ich halte jetzt auch wieder STRG-ALT-T fest, Großschreibtaste festhalten und Pfeiltaste nach rechts klicken. Und ja, das ist ein bisschen... Jetzt lasse ich die Großschreibtaste mal gehen und verschiebe das noch etwas mit den Pfeiltasten, da verschiebe ich das nur ein kleines Stück. Jetzt drücke ich die Enter-Taste und jetzt halte ich wieder STRG-ALT-SHIFT fest und drücke mehrfach auf die Taste T und bekomme hier diese Unterbrechungen in meine Linien hinein. Jetzt kann ich das Ganze wieder verbinden mit STRG-E und habe das jetzt als eine Ebene. Das ist schon mein Text. Hier könnt ihr natürlich auch Logos noch mit einbinden, irgendwelche Strukturen mit einbinden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Papier noch eine Papierstruktur geben. Das bleibt alles euch überlassen. Ich möchte es jetzt hiermit belassen. Ich gehe jetzt auf Datei, speichern, kann das jetzt schließen und ihr seht, ich komme jetzt hier zurück auf das Blatt Papier, das wir vorhin erstellt haben und ihr seht, dass die Linien jetzt hier auch mit gebogen sind schon. Und durch diese Abschattung hier oben drüber sieht das wirklich aus, als ob das Papier hier nach oben gebogen ist. Das Ganze könnt ihr hier unten natürlich auch noch etwas abschatten, wenn ihr möchtet. Dazu braucht ihr einfach nur wieder die Pinselspitze, schwarze Vordergrundfarbe und 5% Deckkraft und malt wieder auf dieser Schattenebene hier einfach mehrfach drüber. Um jetzt hier mehrere Blätter hintereinander zu bekommen, gehe ich folgendermaßen vor. Ich füge diese beiden Ebenen hier zusammen zu einem neuen Smart Object. Ich klicke dazu mit der rechten Maustaste hier drauf, sage in Smart Objekt konvertieren und habe jetzt hier meine Blattebene, die nenne ich auch wiederum Blatt, mache eine Ebenenkopie mit STRG J und möchte jetzt hier die untere Ebene als hinteres Blatt verwenden. Da brauche ich kein Smart Objekt mehr, dazu rastere ich diese Ebene wieder. Rechte Maustaste, Ebene rastern. Das muss ich machen, weil ich, wenn ich jetzt das untere Blatt etwas verzerre und abdunkle, das obere Blatt nicht mit verändern möchte. Ich drücke jetzt STRG T für freitransformieren und klicke mit der rechten Maustaste auf diese Auswahl hier drauf und wähle den Punkt Verzerren. Jetzt ziehe ich hier diesen oberen Punkt einfach ein Stückchen nach unten und ein Stück nach links. Momentan sieht man hier noch keinen Unterschied, weil das hintere Blatt fast die gleiche Farbe hat wie das vordere Blatt. Deshalb habe ich das hier jetzt ein kleines Stück erst mal gezogen. Hier unten kann ich das auch noch ein kleines Stückchen ziehen, so dass man das wirklich nur ein Stückchen sieht und ich bestätige das. Das hintere Blatt sieht man jetzt nicht so sehr schön, deshalb möchte ich das etwas abdunkeln. Dazu rufe ich einfach die Tonwertkorrektur auf STRG L und ich kann jetzt hier mal versuchen, das Ganze etwas abzudunkeln. Ich ziehe einfach den mittleren Regler hier ein Stückchen nach rechts und ihr seht, dass dieses hintere Blatt jetzt auch gut zu sehen ist. Ihr könnt mit dem Verschieben-Werkzeug das jetzt auch noch mal etwas nach unten verschieben oder etwas drehen, wie ihr das möchtet. Probiert es einfach aus. Ich werde nochmal STRG J drücken und wieder das untere Blatt verwenden. wieder STRG T aufrufen, rechte Maustaste verzerren. Ich werde das Ganze jetzt hier an der noch ein Stückchen nach unten ziehen. Hier etwas nach oben und hier wieder etwas nach außen. Bestätige das Ganze, drücke wieder STRG L und dunkle das Ganze nochmal ab. Ich habe jetzt hier drei Blätter hintereinander, die etwas aufgeblättert sind. Als nächstes möchte ich hier noch den Bleistift erstellen. Den erstelle ich in einer neuen Datei, Datei neu. Ich kann jetzt hier ruhig die gleichen Größen verwenden wie die Ausgangsdatei. Ich erstelle eine neue Ebene, wähle mir mein Rechteck-Werkzeug und rote Farbe. Ich möchte jetzt einen roten Stift erstellen und beginne jetzt hier erst mal das Grundgerüst des Stiftes, den Außenbereich zu erstellen. Einfach ein Rechteck. Mit STRG T rufe ich frei transformieren auf. Mit STRG Plus kann ich ein bisschen näher heranzoomen. Ich wähle jetzt das Verkrummen-Werkzeug und ziehe hier diese mittlere Seite etwas nach außen. Den Punkt wollte ich nicht. Diese mittlere Linie. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze. Einfach ein bisschen genau hier ein bisschen weiter reingehen mit der Maus und das nur ein bisschen nach links ziehen, sodass es hier eine leichte Abrundung bekommt, dass es wirklich auch rund aussieht, der Stift am hinteren Ende. Als nächstes kümmere ich mich um den Bereich hier vorne. Ich werde erst mal hier eine Hilfslinie rausziehen, um genau den Mittelpunkt des Bleistiftes zu finden und ich werde jetzt hier das Ganze leicht mit einem Radiergummi ausradieren. Dazu zoome ich mal etwas näher heran und ich gehe jetzt hier mit dem Radiergummi mit einer etwas härteren Pinselspitze, einer etwas kleineren, gehe ich jetzt hier ran und nehme mir hier zwei so kleine Täler raus, sodass es wirklich auch aussieht wie ein angepitzter Bleistift und als nächstes erstelle ich eine neue Ebene, verwende mein Polygon-Lasso-Werkzeug und möchte jetzt die Spitze hier ran bringen. Ich beginne mal hier auf der Seite, gehe erstmal ein Stückchen raus, gehe dann hier vor bis in die Mitte, gehe wieder hier auf den Bereich, ziehe das ganze Stück rein und hier gehe ich jetzt großzügig über den Bleistift drüber und suche mir jetzt erstmal eine Farbe. Ich verwende jetzt hier so ein leichtes Ocker. Ja, so ist das okay. Aber das ist jetzt Vordergrundfarbe mit Alt, Backspace, fülle ich jetzt diesen Bleistift. In Stellung D rufe ich, hebe ich diese Auswahl auf und ich schiebe diese Ebene einfach unter die Bleistiftebene und habe jetzt hier schon meine Spitze. Als nächstes werde ich hier drüber noch die Stiftspitze erstellen, also wieder eine neue Ebene. Ich kann das mal ein bisschen benennen. Spitze, das ist Spitze schwarz und das ist der Bleistift. Die schwarze Spitze, da verwende ich einfach mein Ellipsenauswahlwerkzeug und ziehe mir hier so eine leichte Ellipse auf, fast ein Kreis. Ich werde hier das ganze mit Schwarz füllen, also werde ich wieder schwarze Vordergrundfarbe auswählen und Alt, Backspace drücken. In Stellung D hebe ich die Auswahl auf und hier zeige ich euch jetzt gleich die Wirkungsweise der Schnittmaske, die wir ja vorhin schon mal angewendet haben. Ich habe jetzt hier natürlich viel mehr gemalt. Ich habe jetzt hier einen großen schwarzen Kreis. Es soll natürlich eine Spitze werden. Wenn ich die Alt-Taste wieder festhalte und klicke hier zwischen diese beiden Ebenen, also zwischen diese Ebene mit dem schwarzen Ball und der Spitze, dann wird eine Schnittmaske erstellt und dieser schwarze Bereich ist nur da zu sehen, wo in der unteren Ebene auch wirklich Pixel sind, also wo hier diese ockerfarbene Spitze zu sehen war. So kann man relativ schnell hier so eine schwarze Spitze genau da drauf anzeichnen, ohne dass ich das jetzt nochmal maskieren muss. Als nächstes möchte ich das Ganze natürlich etwas dreidimensionaler darstellen. Ich fange mit der Spitze an, wähle mir hier mein Nachbelichterwerkzeug, habe eine Belichtung von 20% und habe hier gewählt Lichter. Ich beginne jetzt hier einfach mehrfach drüber zu malen. Ihr seht, ich dunkle damit diesen äußeren Bereich ab. Das gleiche mache ich hier unten und dadurch bekommt die Spitze schon eine gewisse Tiefe, wenn der Mittelpunkt hier etwas heller ist. Das gleiche mache ich jetzt mit dem restlichen Stift. Mit STRG 0 kann ich wieder rauszoomen und ich gehe jetzt hier auf meinen Bleistift und ich beginne jetzt hier gerade Linien zu ziehen und die äußeren Ränder abzudunkeln. Wie kriege ich wieder gerade Linien hin? Das haben wir vorhin gesehen. Ich klicke einmal hier, halte die Großschreibtaste fest und klicke hier drüben. Klicke wieder hier, klicke wieder drüben und jedes Mal wird eine komplette Linie einmal rüber gezogen. Ihr seht das schon, es wird immer dunkler hier. Das gleiche mache ich hier unten. Ich klicke hier einmal großzügiger und jetzt fange ich weiter unten an, klicke hier wieder und nehme nur das letzte kleine Stückchen, das ich nochmal abdunkeln möchte. Ich möchte, kann ich auch nochmal hier drüber gehen, um das Ganze schön abdunkeln zu können. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt hier noch einen Schriftzug aufbringen. Ich verwende jetzt hier die Farbe von dem Stift, vielleicht etwas heller. Und verwende jetzt nochmal ein Fett gedruckt. Das könnt ihr dann noch verschieben oder drehen, so wie ihr das möchtet. Ich möchte es vielleicht noch etwas weiter in die Mitte setzen. So ist das okay. Ich kann jetzt diese Ebenen zu einer Ebene zusammenfügen. Ich markiere einfach die Ebenen und drücke STRG-E und habe meinen Bleistift, den ich jetzt mit dem Verschieben-Werkzeug in meine Komposition hier hineinziehe. Ich schiebe das jetzt natürlich nach oben. STRG-T rufe ich frei transformieren auf und kann das Ganze jetzt verkleinern und natürlich auch drehen. Und lege das jetzt hier auf mein Blatt drauf. Doppelklick, damit das nicht so einfach davor gesetzt aussieht, möchte ich jetzt auch noch einen leichten Schatten dahinter bringen. Dazu werde ich wieder einen Ebenen-Stil erstellen. Ich mache einen Doppelklick auf die Ebene und setze hier einen Schlagschatten und habe jetzt hier Abstand von 5 Pixeln ist ganz okay und die Größe von 5 Pixeln auch. Vielleicht nehme ich hier die Deckkraft noch etwas runter, damit es nicht ganz so stark aussieht. Mit OK bestätige ich das und habe jetzt hier meinen Bleistift drauf liegen. Wenn ihr den Hintergrund einfach ausblendet, könnt ihr das Ganze jetzt zu einer Gruppe zusammenfügen oder zu einer kompletten Datei zusammenfügen, wenn ihr das nicht mehr ändern möchtet. Wenn ihr auf dem Blatt noch etwas ändern möchtet, vielleicht noch geschriebenen Text einfügen möchtet, könnt ihr jederzeit einen Doppelklick hier auf das Smart-Objekt machen. Es öffnet sich wieder das Blatt. Erstmal dieses geschwenkte Blatt mit dem Schatten drauf, dann müsst ihr nochmal hier draufklicken. Dann bekommt ihr euer geschriebenes Blatt und ihr könnt hier natürlich mit einem Pinsel, auch wenn ihr mit einem Grafiktablett arbeitet, vielleicht hier noch etwas draufschreiben. Natürlich nicht mit so einer geringen Deckkraft, sondern mit voller Deckkraft könnt ihr hier natürlich das Ganze noch beschreiben, sodass es auch aussieht, als ob ihr das Ganze per Hand beschrieben habt. Ihr speichert das einfach ab. Wenn ihr jetzt zurückgeht, haben wir natürlich noch nichts gesehen. Ich muss natürlich erst wieder auf das zweite Smart-Objekt das auch abspeichern und jetzt kommen wir auf das Blatt zurück. Und ich habe jetzt hier auch meinen Text drin. Wenn ihr fertig seid, fügt ihr die Ebenen einfach zusammen. Entweder zu einer Gruppe mit STRG-G. Dann könnt ihr die auch mit dem Verschieben-Werkzeug hier verschieben. Ihr bleibt trotzdem hier immer noch so frei, dass ihr das Blatt jederzeit ändern könnt. Oder ihr fügt das zu einer Ebene zusammen, indem ihr STRG-E drückt und habt jetzt nur noch ein Objekt, das ihr dann natürlich nicht mehr ändern könnt. Aber ihr könnt es wunderbar für eure Designs verwenden. Das war's für das heutige Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das erste Tutorial im neuen Jahr. In den nächsten Tutorials werde ich noch mehr auf diese Design-Objekte eingehen und werde da noch mehr zeigen im Photoshop. Mit Lightroom und Gimp geht es dann in zwei Wochen erst weiter. Bis zum nächsten Untertitel. Wie gerne ein paar Minuten an reais in deriode F-Shit-I-B. Aber jetzt wird es darum, dass man aufbinde und hat jetzt nicht mehr ranken. Es wird dann auf die Eben-Objekte auf' die Eben-Objekte zu benutzen. Und ich darf es nun mal zu einer Zeit des Videos. Und ich muss auf den Eben-Objekte auf das ein. Und ich möchte das erste Mal am Sonne, Vielen Dank.